Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Wochenausblick. Ja, der erste im Jahr 2023, nachdem es die letzten zwei Wochen sehr, sehr ruhig war. Starten wir jetzt wieder durch mit dem Wochenausblick. Wir schauen uns an, welche News diese Woche oder beziehungsweise im Laufe der nächste Woche anstehen. Außerdem blicken wir auf den DXY, auf den S&P 500, auf den Dow Jones und natürlich auf Bitcoin und Nasdaq gucken wir uns auch auf jeden Fall an. Doch bevor wir starten, gerne den Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinjoinen. Gut, und damit würde ich sagen, fangen wir eigentlich schon direkt an. Ja, wir haben im DXY und in den normalen, traditionellen Märkten ein komisches Blickfeld gehabt, muss man ganz ehrlich sagen. Denn DXY, da starten wir glaube ich mal direkt mit dem DXY durch, ist ordentlich nochmal gefallen, obwohl die Zahlen gestern eigentlich deutlich für die FED gesprochen haben. Um nochmal so einen kleinen Rückblick reinzukriegen, schauen wir uns das nochmal gestern an. Was war gestern? Wir hatten einerseits natürlich die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, die erhöht war im Gegensatz zur Prognose. Wir hatten eine Arbeitslosenquote, die Bombe war mit 3,5% deutlich unter den Erwartungen. Und wir haben die durchschnittlichen Stundenlöhne, die nicht so stark gestiegen sind. Und das ist für mich eher so ein Zeichen, warum der Markt dann doch ein bisschen konträr gewirkt hat. Weil normalerweise durch die ganzen Arbeitslosenquote und sonstiges müsste eigentlich das das perfekte Zeichen sein für die FED und sonstiges, dass die hier ihren Kurs weiterhin fortsetzen können. Und das ist ja das, was in dem FOMC-Protokoll letzte Woche bekannt gegeben wurde. Die Märkte sehen stark aus, der Arbeitslosenmarkt sieht verdammt gut aus. Aber trotzdem, Amazon entlässt 17.000, 18.000 Leute. Vor allem die Tech-Werte sind etwas am Straucheln. Das sehen wir uns dann auch später beim Nasdaq an. Für mich aber eher diese durchschnittlichen Stundenlöhne, die nicht so stark gestiegen sind. Weil darauf kommt es ja auch an. Und wenn die Inflation steigt und die Löhne dann umso gleich mehr, macht es natürlich für die FED wenig Sinn und sie müssen erhöhen. Und das ist jetzt für mich eher so der Punkt gewesen, warum, wieso, weshalb der DXY dann doch gestern deutlich, deutlich nachgelassen hat. Und wir befinden uns hier weiter in dieser 103 US-Dollar-Marke. Also sehr, sehr wenig Bewegung, muss man sagen. Und wir wurden hier auch schön rejected. Das könnt ihr euch noch daran erinnern von einem alten Ausblick, wo wir darüber gesprochen haben. Hier diese einen Daily Supply Zone. Klar, wir hatten einen WIC drüber, aber einen Close darüber hatten wir nicht. Spricht eher wieder für ein korrektives Hoch und neue Lows beim DXY. Der Wirtschaft geht es gut, alles ist gut. Vielleicht ist es jetzt auch für den DXY dann möglicherweise der Startschuss, um wieder ein bisschen größer zu korrigieren. Die Inflation lässt überall auf der Welt deutlich nach. In Europa lässt sie nach, in den USA sowieso sehr, sehr stark. Aber möglicherweise für den DXY erst einmal ein bisschen ausgepumpt. Ja, dann stehen eigentlich vom Montag bis Mittwoch überhaupt keine Daten an. Also keine wichtigen Daten, die irgendwie für uns jetzt entscheidend sein könnten, was Chartanalyse oder Sonstiges betrifft, sondern erst wieder am Donnerstag. Und am Donnerstag geht es dann wieder richtig ab. Wir haben das Übliche, die Folgeanträge der Arbeitslosenhilfe, die auch diese Woche positiver waren als die Woche davor. Also auch hier positiv für die Märkte, auch wenn wir hier so leicht schon die Bodenbildung sehen und so eine Trendwende reinkommt. Das sehen wir jetzt natürlich auch bei Amazon und sonstigen Tech-Werten. Natürlich auch die Erstanträge der Arbeitslosenhilfe, die auch deutlich positiver letzte Woche waren. Prognose liegt hier wieder bei 220.000. Wird aber so langsam aber sicher nach unten hin korrigiert. Also man geht hier langsam auch von der Trendwende aus. Aber viel, viel wichtiger, das will ich nicht, viel, viel wichtiger sind die Verbraucherpreisindexe. Das heißt, die Inflationsrate. Prognose liegt bei 6,5 Prozent, also deutlich, deutlich tiefer. Kann ich mir aber auch sehr, sehr gut vorstellen, dass sie deutlich tiefer ist. Nachdem wir beim letzten Mal nur so knapp die Rate erreicht haben, ist jetzt die Prognose bei 6,5 Prozent. Wir haben mittlerweile Zinssätze, die deutlich, deutlich höher sind. Also wir kommen so langsam an dieses fixe Ziel von 2 Prozent von der FED. FED sagt aber immer wieder dazu, wir wollen 2 Prozent insgesamt haben. Also nicht nur mit Inflationsbereinigung und sowas, sondern insgesamt. Die Frage ist, wie lange sie es durchziehen können. Aber das ist ein anderes Thema. Da haben wir ja schon öfters drüber gesprochen, dass ich nicht glaube, dass die Zinsen wirklich über das ganze Jahr 2023 so hoch bleiben. Aber das könnte dann wieder ein bisschen Bewegung in die Märkte bringen. Sollten die Zahlen sogar noch positiver sein, ist es natürlich ein gutes Zeichen auf jeden Fall für die Märkte. Würde natürlich auch für den DXY deutliche, deutliche Abverkaufe bedeuten. Wir haben hier unten noch, die Ineffizienz ist ein bisschen verschoben. Hier noch eine Ineffizienz bei den 102,841 Punkten. Das wäre auch für mich persönlich das erste Ziel, dass wir hier beim DXY auf jeden Fall nochmal runter korrigieren. Und dann mal gucken, ob hier Support genügend reinkommt und wir hier zumindest vorläufig einen Bounce sehen. Oder das nächste Level. Und das liegt dann erst hier unten in diesem Bereich bei den 101 Punkten antesten. Also bricht dieses Level da oben, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir uns die Liquidität dann nochmal deutlich, deutlich tiefer hier unten dann holen. Und dann möglicherweise ersten Bounce nach oben hin bekommen. Und damit dann auch gleich der Blick, sage ich mal, zum Dow Jones. Da haben wir ja gleich zu Anfang schon drüber geredet, okay, wir haben die Ineffizienz hier oben gefüllt. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Die ganzen Märkte positiv ins neue Jahr gestartet. Klar, im Dezember war noch ein größerer Abverkauf. Viele haben vielleicht auch Gewinne mitgenommen, Zwecksteuern und so. Aber Dow Jones, muss man sagen, sehr, sehr gut in das neue Handelsjahr gestartet in der ersten Woche. Wir haben nochmal unsere Trendlinie getestet von unserem Falling Broadening Wedge. Sehr schön, haben hier auch Support gefunden, kein Daily Close darunter. Gutes, gutes Zeichen, auch wenn wir sogar noch ein bisschen Luft gehabt hätten. Hier in die 32.130 Punkte Marke haben wir nicht geschafft. Jetzt geht es darum, hier dieses Hoch, wo wir jetzt eben angetestet haben, bei diesen 33.700 Punkten. Dann brechen wir dieses mit einem Daily Close und danach würde ich sogar sagen, sieht es Montag bis Mittwoch sehr, sehr gut aus. Dass wir hier auf jeden Fall durchbrechen könnten und ein Daily Close kriegen, ist das erste Ziel hier oben, die 34.945 Punkte Marke. Hier oben haben wir eine schöne Daily Supply. Das haben wir auch hier mal eingezeichnet. Wir können das aber wieder ein bisschen gescheiter machen. Hier diese Zone, die gilt es zu übertreffen. Hier liegt eine Menge Volumen hier oben in diesem Peak. Das heißt, Daily Close drüber, über das Golden Pocket, das ich jetzt sowieso nicht mehr so wirklich ernst nehmen würde, weil hier einfach schon viel Liquidität raus aus dem Markt genommen wurde, vielleicht nochmal diese Zone testen und dann wäre das Ziel hier oben eben diese 34.945 Punkte Marke bis ca. 35.300 US-Dollar. Dann sind wir nicht mehr weit von unserem All-Time-High entfernt, aber das ist noch ein bisschen zu früh meines Erachtens nach. Aber das wäre das erste Ziel. Brechen wir hier nicht drüber und kriegen Korrektur rein, dann auf jeden Fall Korrektur Marke 32.100 bis 31.700 US-Dollar, um nochmal neue Liquidität, sage ich mal, zu fischen und dann, sage ich mal, hier unten einen Bounce zu sehen. Aber das ist jetzt erstmal so das erste Ziel für mich. Erstmal so Montag bis Mittwoch Bullish, dann kommt es auf die VPI-Daten an. Sind die Bullish oder Bearish für uns? Und dann sehen wir auch, wo der Markt hinkommt. Ansonsten hätten wir nämlich hier oben großes Potenzial für ein mögliches Doppeltop. Das sieht man hier ganz schön. Das wäre dann so der erste Bereich, wo man dann überlegen könnte, sogar hier eine kleine Short-Position zu eröffnen. Dann natürlich gleich der Blick zum S&P 500. Auch hier wenig Veränderung, wenn dann eher diese Woche war deutlich, deutlich bullischer, muss man auch dazu sagen. Blicken wir auch hier. Wir befinden uns weiterhin in unserem riesigen Falling Broadening Wedge. Darin hat sich wenigstens geändert. Ihr könnt euch vielleicht noch an den letzten Wochenausblick vor Weihnachten erinnern. Da haben wir drüber gesprochen. Für den SPX ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir hier einen Doppeltop reinkriegen. Das haben wir auf Daily Sicht reinbekommen. Wir haben genau dieses Hoch nochmal abgefischt. Doppeltop, Close unter diesem Hoch. Doch, perfekt. Und dann ging die Reise eben nach unten. Preisziel wurde erreicht. Wir haben es leider, das hat mich ein bisschen geärgert, dass wir hier nicht mehr in dieses Golden Pocket reingekommen sind. Wir haben aber dafür jegliche Gaps wurden hier gefüllt. Wir haben nach unten hin erst einmal keine Gaps mehr hier zu füllen. Das Einzige, was noch möglich wäre, sind einfach diese Wigs, die genau im Golden Pocket eben drin liegen. Und dafür machen wir ganz kurz mal das Übergeordnete weg. Ziehen uns mal das ganz, ganz kleine FIP-Level, oder was heißt das ganz, ganz kleine, das von unserem Hoch zum Jetzt. Und da sehen wir auch, welche Level kommt es an. Würde perfekt hier oben mit den 3.993 Punkten Marke passen. CME Gap, also Gap im Allgemeinen. Wir haben hier das Golden Pocket eben hier drin bei den 3.975 US-Dollar. Also das wäre das anvisierte Ziel in dieser Woche. Kommen wir hier oben rein, werden konsolidieren. Hier ein bisschen ist die Chance hoch, dass wir nach oben hin ausbrechen. Werden wir hier sofort rejected. Glaube ich ganz ehrlich, dass wir uns doch noch dieses Tief hier unten bei den 3.730 US-Dollar holen. Das kommt dann natürlich alles auf die CPI-Daten dann natürlich an. Oder VPI, warum sage ich ja immer CPI? Egal. Ja, bis Mittwoch positiv sehe ich das erste Mal und dann vielleicht Richtung Donnerstag, wo es dann richtig auf die interessanten Zahlen dann ankommt. Möglicherweise mit einer Korrektur, je nachdem wie die Zahlen eben ausfallen. Ansonsten Chance hoch für ein mögliches Breakout, auch beim S&P 500. Wir haben einmal, zweimal, dreimal, viermal, sogar fünfmal schon hier angetestet. Außer wir nehmen das hoch weg, dann sind wir bei viermal. Aber normalerweise sagt man so, beim vierten, fünften Mal ist die Chance sehr, sehr hoch, dass wir aus einem Falling-Broadening-Wedge nach oben hin ausbrechen. Danach sieht es momentan aus, auch wenn es mir lieber gewesen wäre, nochmal das Golden Pocket anzutesten. Man kann aber nicht alles haben, Freunde, da draußen. Deswegen warten wir jetzt mal ab, Golden Pocket. Darauf wird es entscheidend ankommen. Dann das mögliche Breakout aus dem Falling-Broadening-Wedge und dann schauen wir einfach mal weiter. Geht es weiter zum Nasdaq? Nasdaq, ganz ehrlich, bin ich momentan einfach kein Fan von. Wir sind hier in einem klaren Downtrend. Wir haben kein Falling-Broadening-Wedge, wie wir es sonst überall haben. Wir sind wieder sehr, sehr nah an unserem Level hier, von unserem Golden Pocket, von dieser gesamten Aufwärtsbewegung wieder rangekommen. Fast wieder berührt, aber nur fast. Möglicher doppelter Boden kommt hier langsam rein. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich würde momentan Abstand vom Nasdaq und sonstigen halten momentan oder generell noch Aktien. Tesla deutlich abverkauft und hat auch noch Potenzial nach unten hin noch deutlich, auch wenn jetzt hier eine kleine Gegenkorrektur bei Tesla stattgefunden hat. Hat natürlich viel mit China zu tun, wo jetzt Rabatte angeboten werden. Deswegen auch dieser enorme Push nochmal nach oben. Trotzdem für mich Tesla immer noch so Fragezeichen. Ich würde noch nicht persönlich einsteigen. Ich warte noch auf tiefere Kurse, aber trotzdem, sollte sich Tesla und der gesamte Markt, so wie Amazon, hat jetzt natürlich auch die ganzen Entlassungen, das könnte sich natürlich jetzt alles wieder positiver auf die Märkte auswirken, ziehen wir uns auch hier vorsorglich mal das Golden Pocket. Schauen uns das mal ein bisschen genauer an. Wir hätten hier oben das Golden Pocket bei 11.633 Punkten. Was wir da oben natürlich auch noch haben, ist Golden Pocket und CME Gap. Würde alles sehr, sehr gut passen. Also auch hier möglicherweise Montag bis Mittwoch schauen wir mal, wie sich die Märkte verhalten. Dass wir hier sogar noch einen kleinen Push kriegen in die Region. Hier irgendwo zwischen Golden Pocket und 0.786er. Die 11.600 bis 11.700 Punkte. Und dann wird es auch hier auf die CPI, VPI Daten auf jeden Fall ankommen. Doppelter Boden haben wir momentan vorliegen. Ich würde es trotzdem momentan noch nicht traden. Wenn wir jetzt vom jetzigen Punkt reden, werden es 4, 5 Prozent auf jeden Fall nochmal nach oben. Ist möglich diese Woche. Halte ich ehrlich gesagt nicht für ausgeschlossen. Und dann kommt es wie gesagt auf die Daten an. Werden die Daten positiv, kann ich mir auch hier ein schönes Breakout bei den ganzen Tech-Werten vorstellen. Die so langsam aber sicher den Boden immer, immer näher kommen. Zumindest vorläufig erst einmal. Aber das müssen wir auf jeden Fall im Blick behalten. Und natürlich auch unsere Downtrend-Linie. Trotzdem Nasdaq momentan für mich eher uninteressant. Dann eher SPX und Dow Jones zum Traden. Nasdaq müssen wir mal abwarten, wie die ganze Woche einfach noch wird. Aber durch die geplanten Entlassungen bei Amazon, durch die ganzen Tesla-News, wo jetzt langsam wieder so ein bisschen Schwung reinkommt, könnte das jetzt auch so langsam aber sicher für den Nasdaq eine positivere Woche im Allgemeinen werden. Und natürlich auch der schwache US-Dollar, der möglicherweise auch noch weiter korrigiert. Gut, und dann kommen wir auch schon zu unserem Zugpferd Bitcoin. Wir sind hier, ihr seht weiterhin, wir befinden uns hier in diesem riesigen Falling-Vedge. Wir traden momentan bei 16.922 US-Dollar. Wir werden jetzt nicht in die tiefere Analyse reingehen. Aber, und jetzt machen wir mal ganz kurz hier nochmal ein bisschen Ordnung im Chart. Jetzt seht ihr schon besser. Wir befinden uns in diesem riesigen Falling-Vedge ziemlich am Ende. Wochenende erwarte ich jetzt erstmal nicht viel Bewegung. Für die nächste Woche sollten die VPI-Daten sehr, sehr positiv ausfallen. Die traditionellen Indizes pumpen. Ist es hier wirklich möglich, dass wir jetzt diese Woche endlich ein Breakout sehen? Was wäre das Ziel? Das erste Ziel sind hier oben entweder 20.000 oder 19.500 US-Dollar. Je nachdem, weil wir hier oben eben noch das 1.618 da haben von eben dieser ganzen Abwärtsbewegung, die wir kurzfristig noch hatten. Also ich sag mal so, 19.500 bis 20.000 US-Dollar sind nicht ausgeschlossen. Bei, und jetzt kommt das Wichtige, einem impulsiven und dynamischen Breakout. Das heißt, wir wollen hier sehr, sehr viel Volumen sehen. Wir wollen Dynamik in den Markt reinkommen. Wir wollen, was weiß ich, wir wollen einfach bullische Stimmung hier reinkriegen und nicht nur einen Seitwärts verlassen oder so einen kleinen Push und dann wieder runter. Das wollen wir nicht sehen. Aber wir nähern uns so langsam einem möglichen Breakout. Wie sagt Felix so schön, Jahreswechsel ist gleich Trendwechsel. Momentan scheint es sich zu bestätigen, aber wir müssen hier immer noch vorsichtig sein. Und die Marke von, ich sag jetzt mal 15.000 bis 14.000 US-Dollar sind noch nicht ausgeschlossen. Und es ist weiterhin möglich, dass das hier dann alles nur ein kleines Fakeout wird und wir einfach nochmal einen Abverkauf eben hier runter sehen. Aber auch das wäre nicht bearish. Darauf müssen wir uns einfach gefasst machen, aber nicht in Panik, sag ich mal, hier Panik verbreiten. Gut, das war es dazu. Also es heißt, kurze Zusammenfassung, Montag bis Mittwoch. Sehe ich positiv, Donnerstag kommt es auf die Zahlen an, wie es dann eben weitergeht oder was der Chart uns sagt. Weil normalerweise sagen wir, der Chart macht die News und nicht umgekehrt. Darauf kommt es an. Und damit würde ich sagen, genug gebabbelt, genug geschwätzt für diese Woche oder für dieses Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne ein Like da. Abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat. Und natürlich gerne in die kostenlose Talk- und Signalgruppe reinscheuen. Vielen, vielen Dank. Schönes Wochenende noch. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto.